Hallo und herzlich Willkommen an alle Menschen und wie immer auch an die, die es noch werden wollen. Hier ist er der siebte Teil von MenschTV. Heute geht es um Zeichnen und Symbole. Es könnte nämlich sein, dass sich dein Leben und deine Sichtweise auf einige Dinge grundlegend verändern. Allen anderen wünsche ich wie immer viel Spaß und los geht's!